Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Fall Guys. Ich bin Astronaut und mit dabei ist die Orca-Blase als Boxer. Hallo! Und wir warten jetzt noch auf den letzten Spieler und dann hoffentlich gehen wir nicht zu den Wippen, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir wissen, welches Spiel kommt. Wir gehen safe zu den Wippen. Ich glaube, das war bei allen Runden, die wir jetzt gespielt haben, eines der ersten Spiele. Ich glaube, welches haben wir noch gespielt? Mit Wippen oder dieser Tor hoch runter? Und dieses mit den Toren, ja, das stimmt. Türlauf gibt es auch noch. Türlauf, ja, das ist aber ganz schön. Das habe ich nur beim ersten Mal nicht gecheckt, dass man die Türen eintreten muss. Ja, und bei mir hat... Ich glaube, die gehen von alleine auf und zu. Aber ja. Nee, nee. Soll ich hüpfen? Ja, weiß ich jetzt auch. Wie wird ein Migo-Gartenabgang gemacht? Ich hoffe, das hält trotzdem mal die Verbindung. Wie in den Abgang gemacht? Nee, du warst kurz eine Roboter. Aber jetzt bist du schon wieder normal. Okay. Vielleicht bin ich ein Roboter. Ja. Immer die zweite von rechts. Komm, die nehmen wir. Oder die... Okay. Ich gehe bei der zweiten von rechts. Oh mein Gott, ich werde verprügelt. Ganz links. Das Mitte. Ja, da bin ich auch noch. Oh mein Gott, ich hang da fest. Ich habe die richtige gewählt. Und die zweite von links ist es. Nein. Ganz linke. Ganz links. Und da ist es. Die rechte. Ich kann mich nicht mehr bewegen, da ich so viel um mich rumflosste. Ja, ich werde auch noch da hingeschmissen, aber ich bin drin im Ziel. Ich denke, ich auch. Ja. Uh, das war aber ganz schön knapp. Oh ja, war es. Aber haben wir doch... Wir haben doch einen zweiten Astronauten. Aber manche haben echt coole Skins. Ja. Einige Skins vor allem. Da diesen Dino zum Beispiel. Die haben sie... Der, den Dendritzerra-Topster, ne? Ja. Oder einen anderen Dino auch. Können wir die denn kaufen? Oder muss man die alle freispielen, weißt du das? Also im Battle Pass, glaube ich, sind die nicht. Aber die haben es wahrscheinlich im täglichen Shop unten drin schon ein paar Mal gehabt. Ja, die werden es halt einfach schon länger spielen, ne? Vielleicht, nehme ich an. Heißt, wir können die auf jeden Fall besiegen. Inwändnis-Rennen. Okay. Mit dem Schleimberg am Ende, wo du das letzte Mal gebackt bist. Ah, du meine Güte. Du musst aufpassen, wenn du gegen das Pinöpel dagegen läufst, dann bleibst du auch stehen. Also dann musst du das Speed aufbauen. Ja, ja. Das habe ich schon gecheckt. Geh mir deine ersten Reihe, weil ich Privilegien habe. Zweite. Ne, ich glaube, das geht nach Platzierung, oder? Weil du als einer der Ersten im Ziel warst. Das kann schon sein. Oh, gleich mal abgeschmiert. Ja. Aber ich bin trotzdem noch weit vorne. Ich bin knapp hinter dir. Ich bin jetzt verprügelt, jetzt bin ich weiter hinter dir. Jo. Einfach durchdrücken, 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 durchdrücken. Boah, ich wurde ja weggeschoben. Da warst du klar, irgendwie. Wurde leider weggeschoben. Aber beim Tor stapelt sich eh nochmal alles. Ja. Oh Gott, ich komme nicht durch. Ich werde sterben. Sterben gleich, nicht mehr ausscheiden, sondern sterben. Wobei, wobei, wobei. Ich komme nicht hoch. Lauft. Ich bin im Ziel. Ich glaube, mir wird das sauknapp. Ich bin qualifiziert, ich glaube, als einer der letzten. 30. Oder irgendwie sowas. Uhuhuhu. Glück gehabt. Ich meine, natürlich easy. 35 übrig. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Der ist einer, der genau den gleichen Skin hat wie ich. Ich meine, das ist nicht so selten natürlich, ne? Boxer mit Unterhosen. Ist der noch drin? Ja. Jetzt mal ein Teamspiel. Komm, Teamspiel. Ich will mal dieses Fußball-Ding machen. Oh mein Gott. Fußball kommt relativ am Ende, wenn nur noch wenige drin sind. Das habe ich aber auch noch nicht gehabt, das Ausweichspiel. Nee, da musst du am Rand laufen. Entweder links oder rechts am Rand. Und hoffen, dass du nicht getroffen wirst. An Platzierung geht es nicht, weil ich war der letzten und bin vorne. Ich bin gleich abgeschmiert worden. Oh, ich auch. Bin ich ganz hinten. Ja, gleich mal die Orange über mein Gesicht. Dankeschön. Ja, ich kann es vergessen, ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist in der Mitte, da läuft es bei mir besser als der Brand. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Ja, das ist komplett Zufall. Da kommt noch wieder auf. Oh, der vor mir hat einen Apfel mit seinem Gesicht abgebrockt. Sau gut für mich. Erdbeerge. Nee, das schaffe ich nie im Leben. Das ist bei mir auch, ey. Ja, du könntest es schaffen. Ich hätte die ganze Zeit auch weggeballert hier. Du schaffst es noch, du schaffst es. Bei mir könnte es auch noch was werden. Ich bin 15 da. Kannst du es noch schaffen. Ich bin der Letzte, der reinkommt. Oh, der Baum ist noch knapp über mein Gesicht. Ach, das ist jetzt krass. Ich habe geschafft, 19 von 19 war ich. Das war der Letzte. Cool. Ich habe dich nämlich nicht mehr gefunden. Ich hatte zu wenig Zeit. Und ich bin echt viel abgeschossen worden. Also da habe ich viel Glück gehabt. Ich bin in der Mitte besser durchgekommen als am Rand. Aber wie schon gesagt, der vor mir hat den Apfel mit seinem Gesicht abgebremst. Das war noch Glück so. Ja, in der Mitte kommt da der Baumstamm immer wieder. Da muss er drüber hüpfen. Das ist ja irgendwie blöd. Das macht mir nicht so viel. Ja. Hoffentlich sind wir im 10er-Team. Sind wir blau? Ich glaube... Nein. Doch, ja, wir sind blau, weil ich bin bei den Astronauten zieh. Und das bin ich. Echt? Ja. Oh, dann ist es nicht, wie sich die Kamera dreht. Okay, ich gehe gleich erstmal ins Tor. Okay, wir haben zwei Torhüter. Gut, gut. Ich nicht, ich gehe. Jo. Ich gehe, Angriff. Halt ein fest. Bukan, mach ihn. Bukan. Jo, den mach mal. Ja, war ich mir dabei. 1-0. Hey, das bist du, ne? Jo. Hi. Wo, wieder kommen? Jawohl. Oh, gelber. Hä, halte ich dich fest? Oh, schade für dich. Hör auf, hier die Leute zu mobben. Nein, das ist das Spiel. Mach weiter. Ja, den mach ich, den mach ich. 3-0. Die Zeratops, komm her. Halt dich fest. Der müssen sie nur so abfacken, dass alle gelben abfacken. Ja, das ist das Ziel, ja. Ja, ja, komm. Schön dagegen gedrückt. Ah, schade. Ich habe das Gefühl, dass die gelben jetzt einfach nur noch anfangen, die blauen festzuhalten. Das ist doch schön. Wenn sie den Ball nicht mehr treffen, oder ist er, der kommt gut reingerollt? Nein, 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 der kommt schlecht. Ich versuche beim Verteidigen zu helfen. Ich überlege, ob ich tief ins gehe, aber eigentlich... Wie auch offensiv bleiben. Ich bin mal gerade so ein Schwung gelber mit dem Balkan. Ich habe hier eine Ausnahme gemacht. Der kommt nach vorne. Gute Vorlage von dem Astronauten, der nicht ich bin. Ja, die Astronauten hier müssen zusammenhalten. Ja, und der Dinosauge macht das 4-0. Und der Astronaut... Nee, die machen ein Eigentor. Eigentor 5-0. So cool. Und das nächste Eigentor, 6-0. Ich glaube, die haben aufgegeben. 7-0. Ja, muss aber auch ehrlich sagen, wie wollen die das noch reißen? Indem sie weiter Eigentor schießen. Dann mache ich auch noch eins. Nee, in die Latte. 8-0. Yo, das heißt Finalspiel. Wir beide sind im Finale. Oder auch im Football sogar noch. Hey, cool. Den mache ich rein. Ach, schade, ich bin nicht berührt. Ich mache den Roboter hier einfach nur noch. Oh man, die paar Gelben, die noch ernsthaft spielen, tut mir voll leid. Ja, auch. Ich glaube, da haben echt schon einige geliebt. Ja. Manche stehen auch einfach nur noch rum. Ja, ja. Nehmen noch die Punkte vom Spiel vielleicht mit. Aber wir sind im Finale, glaube ich. Zumindest haben wir das Spiel. Ja, 10 Leute. Da wird doch natürlich noch aussortiert, oder? Nee, ich glaube auch. Das wird jetzt schon das Endspiel. Wie nimmt man die Krone nochmal auf? Mit RT, mit dem Hinten halten. Weil ich kann auch weggehext haben. Ja, weggehext. Ja. Kannst du quasi runnen oder springen? Wichtiges, was wenn du fällst, musst du auf jeden Fall schauen, wo du hinfällst. Ich glaube, das ist die wichtigste. Und die sind zwei Astronauten mit dem Rennen. Noch ein Boxer. Ja. Ich hoffe, dass du gewinnst. Ich bin schon auf blau abgeschmiert. Ja. Ich bin schon auf lila, weil er mir den Weg abgeschnitten hat. Sabotage. Jo. Auch auf lila. Dann nimmst du noch eins weiter unten. Ja, ich geh auch mal runter. Nee, spiel so wie du willst. Nee, ich geh auch mal runter, weil die mir ihren Weg abschneiden. Die haben ja auch den Weg abgeschnitten. Die machen das absichtlich. Ja, machen sie. Der kommt auch noch rüber. Dann schneide ich auch mal einen Weg ab. Nein, ich bin drunter gefallen. Oh Gott, ich gleich zwei Ebenen. Oh Gott, ich bin ganz raus. So an, laggy. Ich bin einmal daneben gesprungen und dann gleich durch die zweite Ebene durch. Ich bin allein auf blau hier oben. Oh, ich bin auf gelb. War ein Megafail von mir. Ja, ich seh dich. Der andere Astronaut. Nein, ich bin ganz down. Der hat mich weggeschnitten, der Astronaut. Schade. Da habe ich verkackt. Ich habe oben bei blau, hätte ich noch einen Sprung machen müssen. Dann hätte ich noch mal ewig viel blau gehabt. Aber ich habe verkackt. Wer macht das? Macht das die weiße Taube? Oder das Ei? Oder der Papagei? Der Ei ist auf den Astronauten. Das ist auch so noch drin. Der Astronaut gewinnt easy. Easy. Die anderen drei haben sich ja noch gegenseitig getackelt. Bin leider nicht. Astronaut hat es. Ja, der hat mich runtergeschmissen am Ende. Ist vor mich gelaufen und dann ist die Plattform abgeschmiert. Schade. Aber so ist das Spiel. Ja. Trotzdem ist es auch witzig. Aber wenigstens kam ich mal bis zum Endspiel. Das ist richtig. Er ist doch ordentlich Punkte für. Oh. Er will aufstehen. Bei mir auch. So, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Und schaut beim nächsten mit rein. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.